So, wir machen jetzt die Gruppeneinteilung, Gruppe A und Gruppe B. In Gruppe A ist gesetzte MSV, in Gruppe B ist Schalke gesetzt. Also in Barcelona ist es mit einer Überraschung. Hallo, eine Überraschung. Also Team X ist die Mannschaft, die wir noch nicht haben, die wir noch suchen. Also ein Team fehlt noch von zehn. Also in Gruppe A ist es MSV und Team X. Gruppe B ist jetzt Schalke und blau-weiße Erzsitz. Jawoll! Jawoll! Schalke, schön. Zehn was auswärts. Ne, wir haben nicht. Okay. Schön, zehn was auswärts. So, wir haben jetzt Gruppe A. Das ist jetzt komplett, ne? Ja. Also MSV, Team X, Team Blau-Basir-Zebras, Zebras auswärts und Köpi-Hunters. Also Gruppe A. Jetzt losen wir Gruppe B aus. DSV, 19-Hunters Traditionsfanschau. Auslohn? Das ist ein Hüterblatt. Vulkaner, Zebras, was soll ich denn da noch machen? Komm weg. Echt? Im Zebra-Modus. Korrekt. Und der Zebra-Virus. Also in Gruppe 2, Schalke 04, DSV 1900, Rokaner-Zebras, im Zebra-Modus und Zebra-Virus. Ja, danke schön, Martin. Sehr gut. Bravo. Wir können losgehen. Vielen Dank.